Herzlich willkommen zum Wochenend-Magazin. Sie hören Carina Rother und heute geht es weiter mit unserer Reihe Reflektionen aus Taiwan und dafür ist bei mir heute im Studio Eva Trindl. Liebe Eva, hallo, schön, dass du da bist. Und unsere lose Reihe Reflektionen aus Taiwan ist quasi eine Sendung, in der wir uns zusammensetzen und gemeinsam darüber sprechen, was uns so einfällt zu Themen, die wir in Taiwan schon länger beobachten. Und heute wollten wir uns über das Thema Küche in Taiwan unterhalten. Und Küche, Taiwan gilt ja kulturell als so ein Schmelztiegel im Pazifik mit ganz vielen verschiedenen Einflüssen aus China, aus Südostasien, die indigene Kultur. Aber reflektiert die taiwanische Küche auch diese kulturelle Vielfalt? Das ist so die Frage, der wir heute nachgehen wollen. Liebe Eva, was ist denn so als erstes mal deine Meinung dazu? Also ich finde, dass die taiwanische Küche einfach total vielfältig ist. Das stimmt schon, was du gesagt hast. Also das fällt mir, wenn mich jemand fragt, ja, was ist denn typisch an Taiwans Küche, würde ich erst mal sagen, es gibt alles. Es gibt ja sehr viele Einwanderer aus China, die dann auch ihre Küchen mitgebracht haben und das hat sich dann verändert, vermischt. Und auch jetzt die südostasiatischen Einwanderer, natürlich nicht zu vergessen, die Japaner, die japanische Küche, die ist ja hier auch stark vertreten und wurde teilweise dann auch taiwanisiert. Das gilt auch für viele andere Gerichte, die ursprünglich aus China kamen oder so. Und von daher ist die, für mich ist einfach typisch taiwanische Küche jetzt nicht ein Gericht oder dieser Stil, sondern dass es einfach alles gibt. Und für mich ist eigentlich, wenn mich jemand so fragt, was ist so typisch an Taiwans Küche, würde ich sagen, dass die Leute einfach unheimlich viel Wert aufs Essen legen. Essen, Küche, Gerichte, Spezialitäten, das ist immer im Zentrum von allem. Das spielt immer eine Hauptrolle, egal ob es jetzt im Alltagsleben ist, wenn man sich mit Freunden trifft, wenn man auf Reisen geht, wenn man taiwanische Reiseführer ansieht. Zehn Seiten, Sehenswürdigkeiten und 90 Prozent, was es da für Spezialitäten gibt. Hier ein Stand mit Rindfleischnudelsoppe, ganz bekannt. Und hier ein, das sind oft nur so kleine Stände oder ganz kleine Restaurants mit jetzt nicht tollem Ambiente, oft überhaupt nicht gestylt, eingerichtet, designt. Das geht wirklich ums Essen. Hauptrolle spielt das Essen. Das ist für mich sozusagen typisch an Taiwans kulinarische Kultur. Das stimmt, dass sogar kleine Stände auf dem Nachtmarkt Michelin-Sterne haben können und dann da im Essensführer stehen, was für uns vielleicht eher so ein bisschen befremdlich ist, weil wir uns denken, das ist so ein kleiner Stand an der Straße, ich muss mich jetzt da auf einen Plastikhocker setzen, um diese Nudeln zu probieren. So, warum wird mir das in meinem Reiseführer empfohlen? Aber für die Taiwaner ist das überhaupt kein Problem. Ja, und das sind ganz kleine Restaurants, wo ich immer dann sage, ah ja, das ist so ein Loch in der Wand. Und die verkaufen dann irgendeine Spezialität, also jetzt nicht viel, keine große Auswahl, sondern die haben halt dann nur Tangyuen, also Klee-Preis-Klöße in verschiedenen Variationen oder so. Die legen aber auch sehr viel Wert auf die Qualität und auf ihre Tradition. Und das muss dann so sein. Die Hauptrolle spielt wirklich das Essen und nicht das Rumrum. Wenn man vielleicht trotzdem versucht, so eine Annäherung, was ist jetzt eigentlich taiwanisches Essen oder taiwanische Küche und vor allem, was ist spezifisch für diese Insel, was man sonst nirgendwo auf der Welt findet. Also für mich, das Häufigste, was du wirklich an jeder Schaßenecke findest, sind verschiedene Nudelvariationen. Also so eine kleine Schüssel entweder mit einer Suppe und dann Nudeln sind, die können verschiedener Dicke sein, die können verschiedener Farbe sein. Also du kannst auch vorher auf die Nudelsorte deuten, die du möchtest. Und dann gibt es die entweder mit einer Fleischbeilage oder mit ein bisschen Koriander obendrauf oder mit einem Rettich. Also so verschiedene, ganz kleine Variationen nur von demselben Grundgericht. Und dann gibt es diese Nudelsuppen auch im Trocken. Und dann gibt es noch so verschiedene Reisgerichte, die auch relativ einfach sind. Also zum Beispiel der bekannte Lu Rou Fan ist einfach nur eine Schüssel Reis mit geschmortem Schweinehack. Das ist auch sozusagen ein klassisches Gericht, was auch jetzt vorgestellt wird im Ausland. So als, ja, eins der beliebtesten Gerichte in Taiwan. Oder New Romain, also Rindfleischnudeln, gibt es sogar Weste dann. Und Wettbewerbe, wer macht die besten Rindfleischnudeln, wer macht die besten Schweinehacksen, wer macht. Oder auch Dumplings, also Teigtäschchen, gefüllte Teigtäschchen sind natürlich auch sehr beliebt in Taiwan, werden viel gegessen. Und es gibt ja auch Ding Taifong, ein sehr bekanntes Restaurant, das auch eine Kette ist, die eigentlich auch sehr bekannt sind schon international. Irgendwie, das handelt sich immer so um so kleinere Gerichte, die in Taiwan wirklich sehr bekannt und beliebt sind. Weil ich habe immer das Gefühl in Taiwan, man isst ja den ganzen Tag, von morgens bis abends. Also es muss jetzt nicht immer unbedingt jetzt viel sein, aber man isst halt morgens und dann noch vormittags und mittags und geht dann nachts dann noch vielleicht Chiaoye, den kleinen Snack. Und also Essen ist halt, es zieht sich durch. Und auf was ist man noch sehr? Zum Beispiel, es gibt ja so zum Beispiel besondere auch Nachtmarktgerichte, die sind auch für Taiwan. Wenn man jetzt Taiwaner fragt, was ist jetzt typisch taiwanisches Gericht, dann kommt bei vielen auch diese Gerichte, die man auch wirklich am Nachtmarkt bekommen kann. Orzen, also so Muschelomelette, Oamisoire, also das sind so diese Glasnudeln in so einer dicken Suppe. Oder auch ganz einfach diese, was wir vielleicht als Pfannkuchen übersetzen würden, aber die sind dann angebraten in Fett und eher salzig und haben dann so Frühlingszwiebeln. Also so ganz viele sehr einfache Gerichte. Das ist mein Vorurteil auch so ein bisschen taiwanischem, also wirklich taiwanischem Essen, das nicht importiert ist gegenüber. Und da kannst du mir gleich sagen, ob du mir dazu stimmst. Aber ich habe das Gefühl, es sind nicht nur kleine Gerichte, also kleine Snacks so, sondern es ist oftmals auch eher so eine Arbeitermahlzeit. Also mein Eindruck ist es, es sind immer viele Kohlenhydrate, es ist immer stärkend, es ist oftmals ein bisschen fettig. Oder siehst du das anders? Es ist, für mich ist es eigentlich ein Essen für alle, auch Fastfood teilweise, aber es ist qualitativ halt sehr hoch und sehr vielfältig. Und weil viele, die nehmen das einfach mit schon, Frühstück, die nehmen irgendwo draußen, kaufen sich Frühstück und nehmen das dann mit zur Arbeit. Mittags, man bestellt sich irgendwas oder man geht schnell raus und isst eben seinen Topf Nudelsuppe. Und abends nimmt man sich vielleicht was mit nach Hause. Also viele, die kochen jetzt oft gar nicht mehr selber, sondern es wird alles von draußen gegessen oder mitgenommen und so. Und von daher ist es natürlich auch, ja, dann hat man halt jetzt einen Topf Nudelsuppe und da muss halt alles drin sein, dass man satt wird. Also was für mich auch immer so taiwanische Küche ist, ist diese Restaurants, wo es ganz viel Auswahl gibt und auch schnell gebraten und aber auch nicht durchdesignt ist. Man sitzt auch auf Hockern, auf ganz einfachen Bänken. Ich war letztens mit Freunden, da hatte jemand Geburtstag und so, ah ja, wir gehen abends essen. Und das war auch hier in Taipei ein, so ein typisches Restaurant mit so zwei Stockwerken. Da oben sind dann viele so Bänke und Hocker. Und da war nicht mal so eine richtige Wand, sondern halt nur so abgetrennt mit so einer dicken Plastikplane. Und da wird dann gebrotzelt und gekocht und es kommt alles ganz frisch. Mit den frischesten Zutaten kommt es dann direkt auf den Teller und es schmeckt einfach, das ist halt ganz frisch und heiß. Und dann essen halt alle, es ist laut, man unterhält sich. Das ist halt so rustikal. Es ist rustikal und es macht einfach Spaß. Also es ist einfach ein großer Teil Lebensqualität auch in Taiwan. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Reflektionen über die Taiwanische Küche, zumindest für diese Woche. Am Mikrofon hörten Sie Eva Trindl und Carina Rother. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.